Skylum startet seinen Sommer-Sonderverkauf. Luminar Neo ist ab sofort bis 10. Juni zu Sonderpreisen verfügbar. So gibt es die Lifetime-Lizenz für Luminar Neo auf einem Computer zu 64 statt 79 Euro. Die Anwendung plus das Sommerpaket an Vorlagen kostet sonst 214. Diese Kombi gibt es derzeit für 79 Euro. Eine Lizenz für zwei Computer kostet jeweils nur 20 Euro mehr. Wer ein Jahresabo abschließt, erhält zum regulären Preis ein Vorlagenpaket kostenlos dazu. Bestehende Skylum-Kunden zahlen für Luminar Neo nur die Upgrade-Gebühr, wenn sie bereits eine Lizenz für Luminar AI oder Aurora HDR besitzen. Schaut einfach mal hier unten rein. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Download. Wäre es nicht eine gute Idee, zunächst mal eine 7-Tage-Testversion zu installieren und bei Gefallen eine Lizenz noch vor dem 10. Juni zu diesen Sonderpreisen zu bekommen und zusätzlich hättet ihr noch eine 30-Tage-Rückgabegarantie, falls es doch nicht so gefällt. Ich selbst bin schon mächtig gespannt auf das nächste Versions-Update, das die Funktion Portrait Hintergrundentfernung beinhalten soll. Nachdem wir in Luminar Neo inzwischen nicht nur mit Ebenen arbeiten, sondern auf diesen auch Masken erstellen können, wäre die Funktion der Hintergrundentfernung eine perfekte Ergänzung. Warten wir es ab, lange kann es nicht mehr dauern. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.